und und jetzt kommt sie zu einer weiteren folge mein Krieg zu gehen mit dem Basti und im Termin oder die die Hintergrund der Grafik war und im Hintergrund haben wir haben vorhin ein bisschen Fleisch gefarmt und ein bisschen Holz soll es hab ich was geht ich bin ein paar Steine noch. Ich brauche noch ein bisschen Holz wegen Bett bauen. Warte, wo bist du hier? Hier das ganz Holz kannst du halten noch. Das weiße Holz. Weißes Holz sind mehr zum Bauen. Also zum Craft meine ich jetzt. Ähm. Ach so. So. Wäre cool, wenn eine andere Wolle benutzen würde, dass es dann, ähm, andere Farbe ist. Also, wenn du jetzt zum Beispiel schwarz und weiß nimmst, dass das Kissen dann schwarz nimmst und die Decke weiß. Die ist bei mir immer weiß. Na, bei mir ist der blau-weiß. Woll. Nein, Termina, hast du dich mitverstanden? Nö. Meine Decke ist immer weiß. Ah, sein Mikro, alles scheiße. Was? So, ich hab die Kissen. Ähm, die Betten sollen eigentlich... Hier, die Betten sollen eigentlich hier gleich in Mannach. Warte. Gibt mal noch ein paar Steine wegen Craften. Warte. Okay. So viel brauchen wir auch nicht. Doch. Und jetzt, weißt du was ich vorab? Dass wir dann hier vielleicht auf jeden Fall eben ein Stein oder Erde... Sollte hier eine Schicht drunter sein. Und unser Haus uns direkt abfackelt, wenn es unten drunter brennt, oder? Kannst du mal machen. Mach ich ja jetzt auch. Mach ich ja jetzt auch. Okay. Also da kannst du jetzt komplett Steine machen. Also Steine oder Erde. Aber ich finde Steine sehen edler dann in dem Fall aus. Ja. Ach genau, und das habt ihr ja nicht mitbekommen. Im Hintergrund, also kurz vor der Aufnahme, ich wollte aufnehmen. Ja, und dann kam sein, das von Basti der Vater rein. Und ja, war echt witzig. Aber muss man nicht drüber reden, unbedingt. Was war das? Ich hab uns kurz alle in den Aufnahmechannel verschoben. Ach so, gut. Ich hab's gesehen. Die anderen auch. Oh, ich hab's schon mal gerade drin. Witten in der Aufnahme. Wer? Wer? User join the channel. Das ist natürlich wieder super Timing, ne? Wer hat denn geläftet? Wer hat denn geläftet? Verahnung. Ich nicht. Wir sind nicht gerade selber im Spiel und du. Vielleicht dich heute noch nicht. Ähm. Wo ich werde so fast drunter gefallen. Äh, da. Aber die Idee mit dem Boden findest du doch auch gut. Weil dann haben wir drei dicken Boden. Weil hier drunter soll ja noch einen Keller an manchen stellen. Und dann mach ich... Dann drunter machen wir den Bürgern. Ja, weil dann könnten wir die Decke von dem Keller nicht auch noch farbig machen. So mit Holz zum Beispiel. Kannst du noch ein paar Stein um? Ich hab kaum noch welche. Ich bin grad dabei Holz zu haben weißes erstmal. Ich glaub weißes hab ich sogar noch. Naja, ich tue eigentlich wieder grad haben. Ja, der was grad da ist. Oh ja, Video braucht noch ein bisschen was ich grad render. Ist Zuckerrohr? Also, ja, kannst du machen, dann können wir das nämlich hier oben anbauen. Alter legt das zwischendurch grad. Also, mich wundern, ich wenn da grad während dessen Video das in mir gibt, das vielleicht. Na gut, dann kann ich nach hier oben nämlich ne Zuckerrohrform bauen. Genau, ich soll's mal... Weiß was ich jetzt mach? Haben schon weißes Holz ja ganz viel. Und wenn ich jetzt mal ein kleines Lager anfangen. Und Kunst... Okay. So... Hä? Und nö, nur... Ich hab mich hier bei einem verrechnet bei einem Fenster. Echt? Ja. Wie wir das mit uns einfach ändern? Dann können wir hier ja die Betten dann sitzen. Kann man da erst mal wieder hoch zu dir? Und ich muss jetzt mal ein Weko-Born hin. Ja, wie ich kommt ja noch nach oben. Da steht schon Anfang oder wie? Das sind die Woche nachher erstmal Ofen. Du brauchst erst mal, also... Wenn nicht, wenn du erst mal Steine holst. Ja, ich tue noch, ja. Oh, mach ich. Wolle ich... Wolle ich... Ja, dann hab ich noch, warte. Ich will aber mal eben hier die Betten umsetzen. Ja, das stimmt. So, ich würd sagen... Und jetzt... Wo würde ich mir mitmachen? Soll ich mir gut fassen? Soll ich mich sagen? Ja, wir haben einen Doppeltruch für uns beiden. Okay. Oder... Oder... Warte, nee, andersrum warte. Nicht rein, schon bitte. Nichts, egal. Nichts, egal. Dann... Ich hab' eine andere Idee. Wollte ich mich andersrum machen? Wollte ich mich andersrum machen? Und... Warte, ich hab's jetzt... Ja, ich hab' das drückend gemacht. Wer ist das drückend, ja? Und du hast die jetzt hier direkt drückend oder so... ... das liegt grad nur mit welchen Videorender. da und bei ihm und du kommst jetzt hier nicht auf zwei Tron mit also doppelt sie doch schon besser aus doch ja noch mehr ein anderer der stadt und deswegen so ist der Fehler nicht hier ausgeglichen dann machen es nicht nachher auch oder da kommt der Ausgang an und der Stelle zum Beispiel ich habe jetzt die Probe hoch und was hat noch ein Fehler er zu kommen die Schützstein fahren ja du siehst du dein Fahrrad und ich und ich war es anrufen so muss ich vielleicht es ist und wenn ich hab doch gedacht hat der Verkauf die Welt gerade nicht recht ja umdurte das war ganz viel holz das stein meine ich Prozent er hat schon so ich mache uns jetzt erst mal das ich habe uns jetzt erst mal ein ein hat und Viertel stext um die es gemacht schon mal okay und die Maschinen Dings mit geringst zu unsachstabend genug Steine hast ich hier ungefähr das weiß so drei Stacks vier Stacks so ungefähr schau mir die Tür auf ey, das nirght was ist denn schau mir bei mir die Tür auf oben, ich komm bitte an der Aufnahme was soll ich schnell machen? was denn 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 1 2 2 2 ich hab grad die Betriebsfolge gesehen, mach mal verabschiedet und etwas leiser wenn du nicht schon leiser ist und welchen Ton? Warte mal um ist jemand 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 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 9 5 5 5 5 5 5 der Satz-Tier-Rotten sind unterrichtet es ist ein Kampf als Kugel mit der Schmerz auf die Klappe um achten auch nicht gebraucht haben die Sankt zu von den Stoffen und als erstes Steine hast du schon genug er hat mich schon es gibt ja hier noch davon die Hälfte, noch was zu kraften also ich hab grad nix gedrückt, ich drück grad nix und der hat sich bewegt vor Ort so danke, dann kann ich mich gleich weiter machen, ich mach aber jetzt eben erstmal den Boden finish oder? eine Frage, wir wollten dein Vater für ihn wissen, welch bin du hier mal das Eisen rein, du? Eisen am besten erstmal meine Truhe was ja aber trotzig, ein Video ist eigentlich die Grafik recht schnell ich hab immerhin grad 14 FPS ähm, wieso würde ich das eigentlich so machen? neun mal neun Fenster neun mal neun Fenster, warum mach man die jetzt? ja, das gucken wir ja nachher ich mach nur erstmal alles gleich damit wir nachher so entscheiden können zum Beispiel hier hinten, weil ich da ja den Fehler gemacht hab außersehen komm, hab ich gedacht, können wir hier die Betten hin machen stehst du? und wir können ja nachher immer noch gucken äh, suchst du denn schon mal Sand? ich kann mal eben gucken, ob ich eine Wüste finde, warte du kannst... so Sand haben wir hier in Daniel zwar nicht ganz so viel, aber geht eigentlich heute ja, da hinten ist ein Fluss, da kannst du Sand holen ok warte, 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 ich brauche erst mal ach, genau, ich wollte, sagen wir erst mal zwei Ofen zwei Ofen gut Deutsch tu mal dann da drüber jeder bekommt seinen eigenen Ofen ok hat das ja mir manchmal immer nicht, wenn man immer so einzeln die Kohle, die da drin ist, bleibt aber erst mal da, das ist okay ja, ja, bis zum Beispiel, bräuchte ich auch mal ein bisschen zu facken ach, du facken hab ich, warte komm her wenn ich dann wie erfüllt, du bist hier liegt da vorne das genau die Hälfte von mir bekommt äh, woher sich das so was er reitet hat, mein Scho er hat eh getan, ich habe schon vorhin nur geworfen neben meinem Bett, la ach da und obwohl er in die Richtung genau, genau, da bist du richtig da einfach runter und weiter hinter den Berg dann musst du da irgendwann gleich einen Fluss finden da ist ganz viel Sand wo ich will hier grad wieder fast untergefallen einfach will ich irgendwie, ne, kommt mit Absicht runterfallen ne, ne, ich will nicht runterfallen weil hier aus der Höhe mich wahrscheinlich sogar sterben so, aber sie ist dir sicher, dass ein Fluss ist? ein, ähm, See oder so? äh, ja, wo bist du? ja, ist ein Fluss ich hab ne Karte ich seh sowas weil du die so komische Motte warum, der ist nicht so komisch ich bin eigentlich ganz cool und ich hab dich kennst Steine mehr schon wieder und die meistens kennst Leute ist Sandfarm, jetzt war ich Sand ja, und sollst du jetzt auch erstmal und die meisten kennst das ist mein Standardbau, die ich hier bau eigentlich kennst nicht ja, du kennst mich auch nicht weil hier heute, bitte du nein, du, das ist schon mal zweitmal zusammen zocken wir haben jetzt schon auf dem Tutorials und das haben wir gezockt die haben zu fahren ja, und ich will, wenn ihr es zwischendurch im Hintergrund vibrieren hört das ist mein Handy das ist mein Handy das ist mal eben schnell lautlos also um Vibration ausschalten oh, jetzt ist es ja nacht, ehren die Fähigkeit in Klaubern oder? nö, noch nicht machst du dir das an, weil ich jetzt noch mal weiterfahren will so, jetzt geht's so, jetzt geht's Wollte mehr zugucken wir müssen springen ach, wir müssen gucken ach, du hast hier so einen Raum gebaut an hier über Kohle oder sowas an hier Eisener Scheiß ich will aber ach, hier ist ein Lavasie in der Nähe und dann geht's ich will, dann geht's ich will, dann geht's wenn ich jetzt mal ein bisschen auf die Vielfalt die Gutsch nun ist wer ist ein kleiner Prober? nix du 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 wirst du Hase du nö ich habe auch nicht ein bisschen gebraucht z.B. Lechthes Glockenzen nicht mehr im Schlafen dann brauchst du nicht weg dann kannst du dann bleiben wir wollen sind dort zwei drei Sticks land er hat erwartet die schon schlafen Kanzler auf der Bildschirmung zu lassen er und das ist das lange steht immer noch nicht in den Hauptmann ich muss natürlich auch für das Haus und die Menschen stellen die sich das mit dem Boden macht die sind auch gerne und das macht ihn dann weiterbauten auch immer noch selber auch mal hier ich mich auch vermessen oder soll ich die Brücke drüber machen die Wollteile wieder hoch ich kann mal nicht wollen hier habe ich noch mal extra viele eingebracht aber auch das ist bei mir so lange wenn er das Wort noch ein paar das ist du kommst jetzt langsam und das schläft nach der Schlechtenthalte die Slechtenthalte das ist das ist ein Zeitpunkt von einer Minute wird sie auch vollbringen weil du durchschnittlich und sie in uns tut es oder 1 ich glaube ich bin sind so kann ich Karte heißt etwas lieber macht ich habe gerade noch im Falle umgebaut und du und ich warte auf dich aber ich will nicht sagen warum es nicht eher so aus Eichnolz sind um und darüber wollen es hat ich ja als Idee das was er macht aus Eichenholz er kommt noch machen so Eichenholz Prozent er hat eigentlich ist es ein Kind ich brauche ich auch nicht genauer ganz vorsichtig ich habe es gefunden ich habe auch gefunden Prozent er ist es da und reisen ihr recht ich sehe er die Lava verkauft ich habe schon preisen 6 7 doch ein ins Allaisersatz Prozent Prozent sie braucht nein er muss auch auf direkt an den Scheißweißen dann er ist erhältlich und kurzweil ich komme an die Lernkarte so mit dieser Folge müssen länger machen weil jetzt kommt es nicht wir haben zwei Minuten um ab und zu können er hat es doch gar nicht klar er ist kein Problem und er hat es können ich hab zu machen ja noch gut in der Regel ist der Nürnberg und aber kurz überdrehen st da kommt es jetzt rein oder was ich werde ich nur noch stöhnen Prozent Prozent und ich bin das machten sie es dort gelüftet ich habe ich nicht schattet das Ladekabel die Städte unterhalten ich würde sagen die Brücke geht dann auch drei breit Prozent okay die Karte hat in den Sagen sie ist es nicht er hat gerade es ist halt auch ein paar Prozent er geht kann auf Aufnahme 1 geschoben und auch vorhin schon 8 ich glaube es ist das gleiche in anderen Führungsschiffen zu schicken er hat sich das Spielverlager noch mal reinkommen Adolferschneiden bei einem der Karriere Stimmungsleuchte und das verstehe ich nicht und das kann er dann noch länger dauern kann zu uns einfach sagen was ist ein Schiff Prozent Prozent einmal hier nicht hier rein das kann und so so ich mache einen kurzen hausen ist gut was macht und schweißen jetzt erhebiert ich hier ich nicht nicht überbauen hier ist das 20 nicht tief aber sieht besser aus laut der Brücke und wie hier ist das von hier nach hinten anbauen Prozesse nur Plattform auch mal nicht nur in der ganzen Zeit und ich will auf jeden Fall noch ein Verlangen und um in der Fläche 10 1 ein kleiner in der Oberarbeiter st weil ich kann ja nicht aufnehmen sonst wird er gut hätte st st Prozent Prozent auch nur kurz so ich bin auch so gut was kann ich nicht erinnern denn die Sitzung wieder da ich bin als erfolgt also das ist aber ein Rhein-Pfalz Leckstraße die Mannschaft Kaktus immer und noch ein Aufkabel langen Kurzzeitaufgaben 8 auf dem Weg der ist auf dem Weg der Sitzjahr sei mal leise aufwäst ist er nach Kassel der heißt Prozent wenn man ihn oder wie das war Prozent wenn ich nicht mehr die Schmerz produktiv nämlich kommt die Städte sind die Schmerz ein kraftwerter die ich habe den letzten Wunsch das ist schon an die ersten stellen die die er ist nicht mehr auf sofort hat noch nicht mehr also erkennt man sich die die das ist das ist es noch ein bisschen mehr sagt ja und es ist schon es ist schon aufgefallen dass alle Trennen mit Spieks Prozent Ultra Breitband laufen anhand ich glaube ich glaube ich so dann kommst du so langsam auch nach Hause oder wie gesagt hast du wer hat ich hatte ein steckungsverkauf dafür sollten genug erst mal hätte die zweiten Katze auf der Karte guckte ich weiß keine Karte immer nur wo das war doch auch der Witz daran so wie ich sagen kommt hier und die Meinungs kommt hier nämlich gleich eine Plattform hin wo wir dann von da nach dahinten laufen können und jetzt komm ich auch aber schnell und schockt bei dir sicherlich ein bisschen anders als Köln bei er hat sich auf dem Bild gesehen bei er er war schon da ist er schon ein Buch gelandet er kann sein das ist wie du ausschließt also Prozent erst mal nix ich bin hier eigentlich ja aber es gibt zwei Jahre auch mal reißen kann sein dass manche Diener manche gehen bei Alex einst das weibliche Riesen es ist kein Zeitpunkt weiter hier ist die Brücke so wie ich sie bauen nein das heißt Prozent Alex weil es sind in England in Münzen schon in England eigentlich Alex als die Koffer so sieht das jetzt im Moment aus 4 und ich glaube und nur da oben also viele Ecke weil der im Offenfall das war doch, komm mal hier stell dich mal direkt neben mir, warte warte, du bleibst stehen komm mal noch ein stück zu mir Kopf hoch, Kopf hoch was ein Köpfchen hoch noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück, ja stopp ich bin immer mit der Spitze, warte mal, ich muss das ja, hab ich doch schon ja, wir sehen uns in der nächsten Folge und bis zur nächsten Part Ciao